Willkommen zu einem neuen Part Heroes 5 Ähm, er schlacht halt meine ganzen Einheiten einfach so ab Ich glaub's ja wohl nicht Ey, und die kriegen überhaupt keinen Schaden, diese ganzen Dinger hier Zack, zack Na komm, haut drauf Oh, 42 Das ist ein Zeichen Zack, zack Ey, die hatten viel zu viel Lack Und die haben so einen heftigen Schutz da Ah, meine Zombies ja noch Ja, mit den Zombies schaffe ich das Zack Aber ohne Zombies hätte ich nicht, hätte ich es nicht geschafft Zack Jo, Zombies in ihrer Masse einfach Dann belebe ich am besten ein paar Zombies wieder Gegenwehr Guck, schon gegenwehr Das machen wir nicht Das ist sinnlos, wenn du keine Gegenwehr machst Das sind vier Ähm, schießt lieber auf den hier Boom 12 So, Tote erwecken Ähm Mh Ja 14 nur Naja, besser als nichts Ja, mit seiner Scheiß-Magie Ähm Naka Ach Machen wir göttliche Kraft auf die Zombies hier Ui Gegenwehr Oh, was noch keine Gegendwehr Das sind gleich Das sind nur 300, 200, 100 Nudeln Verdammt Der kann sich ständig meine Zombies an, ohne dass sie sich wehren Und dass sie mal dran sind Und das werden nicht weniger, sondern nur mehr, weil er die haltet Bewegt dich hier weg Damit du angreifen kannst Der ist schon wieder dran Und die Es werden nicht weniger, es werden nur mehr Und meine Zombies gleifen nicht an Alter Es sind nur noch 200 Zombies, die machen keinen Schaden mehr Ey, ich glaub's ja wohl nicht So, jetzt Gegenwehr Mein Gott Geht doch Alter Stress ist ja schon wieder Aus 500 Zombies werden Unter 200 Mein Gott Mit dieser Armee kann ich auch nichts mehr erobern Stell ich mich hier rein und Tu so, als wär ich tot Mein Gott So, Robin Diebe Dieburg Ey, das ist jetzt aber mal eine Armee, mit der ich ernsthaft keine Probleme habe Oder haben sollte Puh, nach vorne Nach vorne So, alle davon tot Auf jeden Fall So Genauso hat das zu funktionieren Wenn du gegen mich kämpfst Welcher davon ist damit Erleicht Erleicht nicht mal alle davon Du musst mich verarschen Du musst 1000 Skelette Ähm Geschwänze Boah, die können alle da drüber fliegen Außerdem Niedlich Kawaii Dessu Daneben Oh, wer ist dran Die Geister Die nirgendwo hinkommen Ähm Machen wir mal Ach, machen wir einfach 200 Faust Hier Ähm 5, 46 Erledigen wir halt die 5 Da What so ever Hätte ich jetzt hier auch immer einen Anschluss Normalen Schuss geschafft Ich weiß nicht Autsch, noch einer davon Ich will nicht, dass ich von sterben So Angriff von hinten Zack Ende Wenn die Seine Jetzt auch Bitte wiederbelebt Wollte die Stadt verfluchen und sie in eine Necropols verwandeln Wo ist Wieso ging das vorher nicht Ich habe die Stadt doch schon mal erobert Wo ist Wo ist Wo ist Crazy shit Hätten wir das einer früher sagen können Jetzt Werde ich das komplett auswarten und gucken Ob ich hier Knochenfachen kriege Und das wäre fett Dann könnte ich diese Stell dir vor Diese 49 Teile dahin In die Untoten In diese schwarzen verwandeln Woa Woa Ähm Verfluchen Ja Kann ich das Ding auch verfluchen Ich meine Das gehört und mit mir Aber Ich werde da nicht hin sein Ähm Mh Mh Stattdessen Seine ich Wieso durfte ich Meine Gegner gerade Eigentlich nicht in Untoten Also wiederbeleben Meine ich Mh Mh Es dauert zu lange Darf man nur mit einem Helden besuchen Oh Stell dir vor Ich müsste mir jetzt Gegen meinen Klon kämpfen Das wäre Ja Ich muss ja eh In diese Richtung Hier nach oben Dann Werde ich das Ding Nochmal erobern Wo wuseln denn nach Grünohelden? Da unten Grünohelden Grünohelden Hierhin los So und du läufst auch weiter Mein Held Oh Ich hab nichts gebaut Ich bin nicht mehr daran gewohnt Dass ich was bauen muss Können doch nicht so ein automatisches Verwaltungsding machen Dass automatisch jede Runde was gebaut wird Weil man keinen Bock hat Die Beute ständig auszuwählen Höhöhöhöhöö Höhöhöhö Baujumpass Ähm Ja mach weiter Ich will Ich kann hier nämlich nichts bauen Das weiß ich aber Oh ordentlich und hier gibt es was jetzt ganz klar damit kann es nicht mehr verteidigen weiter mein kerlchen weiter hat hier oben keine hält mehr doch da hat er eine burg und ein helden denn noch die dauerung muss ja ledig hoffentlich haben die sich nicht zuvor gestopfen meinen einheiten ich meine mit den einheiten aus meinen burgen ich laufe weiter noch eine bürgung vorhanden habe ich hatte die opfer menschen fluchen noch nicht nur magier städte hier stelle ich dahin toll und ende gut alles ente gut alles genial ich habe zehn skelette verloren ja verwandeln von topa mega lehrt was ist das was macht der zauber hier will ich gleich einsetzen okay in der burg noch was bauen das ist unnötig da jetzt tatsächlich noch was zu bauen ist ich muss nur die grünen helden abschlafen zu verhindern dass sie wussten wir hingerannt da war doch leider einer irgendwo hier oben erzengel ich will erzengel abschlafen was ist das da gibt es gut dann sind irgendwelche artefakte boah ne das sind viel zu weiter weg viel zu weiter umweg vor allem hier weiter nach oben wollte ich wo kommt man denn da ordentlich nach oben geht es überhaupt keinen weg hoch muss ich mit dem schiff entlang fahren auch hier zauberkraft das will ich haben da kommen mir die grünen kerle entgegen so schafft isabella die überhaupt die hat keine starke armee mehr das ist gefahr sehr gering also dann schafft es ja wohl ja stellen wir uns mal ein bisschen so irgendwie hin irgendwelche ferngabe dabei da schießen wir die leider ist er hält jetzt noch mal der part endet hier auch schon wieder